Die Wiesbaden vor dem Bandschland am Spiel. Wir haben am Spiel. Wir haben am Spiel. Wir sind in den Stadion. Wir sind in den Stadion. Oh, Kim Agri. Oh, und da haben wir jemanden getan. Adrian Backner mit dem 4 zu 2. Johnny jetzt, Philipp, der Ausgleich 7 zu 7. Wagner, wow, das sind Unterzahlen. Adi Wagner, kommt er vorbei? 2 Minuten für Larsson und 7 Meter. Erste Halbzeit ist rum, 10 zu 10 zwischen Batschwartau und Noto. Und sie sind einfach jetzt aggressive, spritziger, wacher. Wagner, Wagner, Peter Müller. Er macht nicht viel, aber er macht es zur richtigen Seite hin. Oh, verdammt! Stojanovic dran. Heustan Haban, toller Dreher. Haban. Ein Armzug wie mit dem Flitzebogen. Und jetzt ist es rum. 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 Und jetzt ist es rum.